Lauf's auf den Stuhl da! Patschen, Mason hier! Schieß los, Mason! Anfalscher Profit. Bereit zum extrahieren. Negativ. Bereit halten für neue Missionen. Zielfalscher Profit hat Informationen über ein Nexus-Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. What the fuck? Wertvolle Fracht am Arsch. Nexus-Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Okay, waren natürlich nicht mehr Nendes, haben sie am Anfang... Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Hatzen über Funk, dieser Neuerjäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenaustausch und ich vollidiot hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich, was zum Teufel stimmt, ich bin hier. Was zum Teufel? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß Hatzen. Sondern, wie die ja vorher gesagt hatten, die hatten ja irgendwie gesagt, das sei der und der, bla bla bla. Hör doch auf den zu treten. Ja, dann schieß die noch ab. Mach ich. Ich hätt's auch früher machen können. Komm schon, ihr verdammten Kacken! Warte los! So. Viel Spaß. Geh bei euch. Wie sitzt die da? Gebt euch das mal, wie die da sitzt, ey. Und die hat voll die komischen Knie. What the fuck? Die Slums sind Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Ja. Ich kann nicht abdrücken. Geben Sie mir eine Lache. Gib ihm, was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Fahr zum Ende. Oh Mann, der kann eine Klette am Ohr überleben. Echt? Ich hau die wohl gerne auf die Fresse. Jetzt. Los! Wurz, geh vor. Ich achte auf Noriega. Noriega, genau so hieß er. Zack, zack, zack. Wie du achtest... Ich soll vorgehen, dachte ich. US-Truppen dringen in die Stadt ein. Die Invasion ist im Gange. Geh nach Norden. Auf Verbündete und Zivilisten achten. Auf den Balkon, rechte Seite. Wir haben ein Geschlecht. Oh. Die sollen... Soldaten mit Waffen sehen. Die sollen alle gleich aus. Es tut mir leid. Ich kann nur da nicht zwischen Freund und Feind entscheiden. Ach, der Punkt, warum ich nicht in den Krieg gehe. Scheiß. Vollidioten. Sollen doch die einen ihre Waffen... Ihre Waffen pink anmalen. Und die anderen blau. Oder die einen pink und die anderen grün. Oder so. Einfach irgendwie. Die sind ja alles Feinde. What the fuck. Oh, der hat doch sogar so'n Scheiß an. Alter, jetzt geht mir nicht alle auf die Klötze. Meine Fresse. Weg, weg. Du brennst mit dem Baseballschläger auf mich zu, oder was? Oh, du hast Stacheldraht rumgewickelt. Bist ein ganz starker. Weg. Meine Güte. Was soll denn der Kacke? Ja, wegmachen. Aua, aua, aua. Fuck. Bin so im Arsch. Wenn man einmal nix mehr sieht, ne? Dann kann man nix mehr machen. Ich muss meine Schnippe loswerden. Verbündete. Oh, was für Verbündete. Toll. Verbündete die aufm Schießen, oder was? Wow, fuck. Dann kommen die mit ihrem verkackten Raketenmeerfahren. Ich bin ganz ruhig. Was hab ich da? Oh, Uzi. Uzi. Boah, kacke. Was hast du mir gesagt, Alter? Kannst du nicht bringen. So, oh. Da ist einer. Da hab ich noch einen gesehen. Zeig nochmal dein Köpfchen. Da. Weg. Okay, die Uzi ist nach wie vor einfach verdammt cool. Wo denn alle? Ach, da. Alles klar. Ich glaub, ich hab nen Verbündeten erschossen gerade. Oh, nicht so sicher. Hey, die kenne ich aus dem Multiplayer, die Map. Ich find das so rum immer viel witziger, wenn man die dann so wiedererkennt. Aber sonst kann man hier durch. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Alter. Alle weg. Sag mal, wie viel Munition habe ich eigentlich dabei? Das ist ja nur krass. Das ist auch noch mit der Waffe, die ich aufgehoben hab. Oh Mann. Das ist aber ein... Gegner, ja. Vorstoß, los. Vorstoß. Erkenntnis. Ja, war ich mal gespannt. Oh, fast. Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Keine Sorge, Mason. Die Technik spielt immer verrückt. Psst. Hörst du das? Ich hör's. Locker helfen. Sie ist schwer verletzt. Das war ja ekelhaft. Scheiße. Noriega fliegt. Ach, hier hat unsere Yankees. Warten los. Tja. Da vorne doch mehr. Fuck. Oh, da stand schon wieder einer hinter mir. Ich sollte da vielleicht nicht meine Schneipappe nutzen. Schade, dass ich die Uzi schon wieder weg hab. Oh, doch, hab ich wohl. Ich hab die Uzi nicht gegen die Sniper getauscht, sondern gegen... Ach, ich bin so dämlich manchmal. Sie ist schwer verletzt. Los, schieß mir durch den Kopf. Zack. Ob das wohl wirklich so aussieht. Scheiße. Noriega fliegt. Idiot bringt sich noch rum. Agier nicht, was die Yankees. Ja. Alter, ich hab mich so heftig krass erschrocken. Oh, what the fuck Oh Fuck Ey, da war ich gerade so angespannt, dass ich sowieso schon den Schnauz gehalten habe Und dann springt ihr um die Ecke und die stehen da einfach Okay, jetzt aber Jetzt mache ich das locker Hörst du das? Wir brauchen Hilfe, 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 Hilfe Warum muss man sich diese Cutscene die ganze Zeit gucken? Au, pam, weg So, jetzt machen wir das mal ein bisschen stürmischer Oh, das wird ziemlich kacke Oh, tut mir leid, Mason So, haben wir das? Ach, der ist ja immer noch am Leben Ja Wir müssen hinter ihm her Ich wusste, wir haben dem Penner zu viel Freiraum gegeben Ach, jetzt leben hier gar keine mehr Boah, Alter, man kann ja kaum vorbeilaufen Ach, er ist jetzt abgehauen oder was? Ja, freilich War ja zu erwarten Ich will da jetzt hin Hilfe! Hilfe! Woher ist der gekommen? Da oben, auf dem Absatz, dritter Stock Scheiße, sie sind ins Gebäude rein Odin 1, 2 Sofortige Feuer Ab jetzt atmest du nicht mal mehr Bis wir sagen, dass es okay ist Fahrt zur Hölle Oh, oh, oh Immer Immer diese Gewalt Aua, das wird wehtun Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Aua Bin zu früh gesprungen Na, ich krieg bestimmt noch einen Versuch Wie das im Krieg nun mal so ist Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Hä? Ich war sowas von locker im Fenster Ich versuche jetzt einfach mal nicht zu springen Ich glaube, der macht das automatisch Wenn da Hilfe steht und so, macht er das ja auch automatisch Weg! Sie greifen an! Okay, ich renne jetzt einfach nur durch Los, Bewegung! Okay, nee, dann fall ich auf Weg! Sie greifen an! Weg! Sie greifen an! Wie kann ich in sowas eigentlich immer so unglaublich kacke sein? Haha Ich glaube, es ist das erste Mal, dass man sieht, dass sich hier ein Soldat abrollt Sonst springen die immer einfach stumpf auf ihre Füße Als ob sie unsterblich werden Hi Moin Grüße Wohin? Ach da Das Profit Ich hatte die ganze Zeit Profit verstanden Auf einmal ist Ich habe zwei Befehle an den Zweifel, aber niemals die Mutti Du drümmerst dich um deine Einheit Du bringst die Jungs sicher nach Hause Wo ist es? So ist es einfach nicht Die Befehlskele ist aber Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes Scheißverwendung Das finde ich witzig Hier lang Es ist alles bereit Ja toll, der verarscht uns doch jetzt eh aufs Heftigste Beziehungsweise nur mich Der andere ist ja nicht mehr dabei Niemand darf verfahren, dass ich ihn verraten habe Ihn? Hatzen, wer ist Ziel Nexus? Hatzen! Er ist es, Wurz Ziel Nexus ist Raul Menendez Hättest es uns sagen müssen, Hatzen Du hättest es uns sagen müssen Wir sind bereit Bring ihn raus Achso Wir bringen den Hohensohn raus Sichtkontakt bestätigt Beende es jetzt, Wurz Beendet Kein Ding, aber ich glaube, das war Menendez gar nicht so unbedingt Was glotzt du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein Mason! Ach du Scheiße Mason! Narr Du Pasta Menendez Der hat richtig Bock, der Junge gloves Ma tre Servus mit Das ist natürlich hart. Ich kann nicht. Ich habe zwei Kinder. Sie. Leck. Mich. Tu es. Tu es. Boah, sieht das fies aus. Dein Leben wird ein einziger großer Verlust sein. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. What the fuck, Alter? Erstmal diese... Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Wutz leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust... Bitte... Komm zu mir. Dad! Nein! Dad! What the fuck? Einfach nur... Mais... Aber... Ich hätte es nicht tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. OT Wow. Wow. Also das ist jetzt, also die bis jetzt beste Mission, finde ich. Die hat mir jetzt gefallen. Fand ich schon krass. Dass wir letztendlich ja den Vater von dem erschossen haben, den wir ohne Ende schon gespielt haben. Finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Per Kommentare oder Bewertung oder Abonnement. Falls nicht, lasst mich das auch wissen. Euch steht frei, mich weiter zu empfehlen. Und euch steht vor allem frei, mich auch beim nächsten Mal wieder anzuklicken. Und zwar morgen dann bei Call of Duty Black Ops mit mir, dem Luca. Ich freue mich auf euch. Bis dann.